Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in diese neue Handelswoche reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 18.700 US-Dollar, wenig Bewegung über das Wochenende. Wir sind aus dem Symmetrical Triangle ausgebrochen, ich hab's aber mittlerweile wieder rausgenommen, weil ihr wisst, erstens trade ich das nicht und zweitens war das kein impulsiver Ausbruch, den wir hier gesehen haben, aber dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Ja, ansonsten, Video ist heute pickepacke voll, wir schauen uns Bitcoin an, wir schauen uns Ethereum an, wir schauen uns XRP an, Algo, Chilis, plus nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Inditees, schauen wir uns auch noch dazu an. Also ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch, wie gesagt, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer über ein neues Video benachrichtigt. So, soviel jetzt dazu. Wie war im Endeffekt der Weekly Close bei Bitcoin? Also Weekly Close war ich eigentlich nicht so überzeugt von, hat einfach den Aspekt, ihr seht hier, letzte Woche der Weekly Close war deutlich, deutlich unter dem letzten. Wichtig wär's gewesen, dass wir ein Close über 19.400 oder sogar 19.500 US-Dollar kriegen, hat den Aspekt. So haben wir uns jetzt die Liquidität von unten hingeholt, die Liquidität, die da unten war, hat aber leider nicht ausgereicht, um, sagen wir mal, einen höheren Weekly Close zu bekommen. Deswegen kein bullisches Zeichen erst einmal. So, dafür gehen wir jetzt wieder in den 4-Stunden-Chart und schauen uns mal an, was es seitdem passiert übers Wochenende rein, gar nichts. Wir sind nochmal in dieses Golden Pocket hier reingekommen, aber natürlich umso öfter wir dieses Golden Pocket antesten, desto schwächer wird's natürlich. Also die Chance, dass wir hier nochmal einen deutlichen Sack nach unten kriegen, wird, sag ich mal, von Stunde zu Stunde immer wahrscheinlicher. Trotzdem sollten wir den Montag nicht unterschätzen und ein Wig in dem Bereich der 20.000 US-Dollar ist noch möglich. Wir haben ja schon die letzten Tage immer wieder drüber geredet, 19.800, 20.200. Das ist die Region, die nochmal einen Scam-Wig, sag ich mal, hervorheben könnte. Bei einem möglicherweise sinkenden Dollar, das wäre nochmal so eine Möglichkeit im Laufe des Tages, nochmal einen Wig hier hoch zu bekommen und dann die Welle, sag ich mal, nach unten in Richtung 17.000 US-Dollar zu bekommen. Also der Plan ist weiterhin der gleiche. Es gibt nichts Bullisches, es gibt aber auch nichts Mega-Barrishes, außer so diese gesamtwirtschaftliche Lage, die natürlich ansteht. Da muss man nochmal drauf achten. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, Investing anzugucken. Diese Woche steht eigentlich relativ wenig an, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Höchstens am Donnerstag sind noch die Arbeitslosenzahlen oder die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Könnte noch relativ interessant werden für die neue Woche. Also da vielleicht mal ein Auge drauf werken am Donnerstag. Ansonsten steht diese Woche sehr, sehr wenig an. Dann würde ich sagen, wie gesagt, das ist erstmal zu Bitcoin, schlechter Weekly Close. Ein Wig auf 20.000 US-Dollar ist weiterhin möglich. Trotzdem übergeordnet sind wir weiterhin deutlich bearish. So, dann Ethereum, gleiches Spiel. Hier haben wir noch das Ascending Triangle drin, aber auch hier zwar der Ausbruch nach unten ohne viel Liquidität, was hier gekommen ist übers Wochenende. Natürlich, Wochenende sowieso wenig Liquidität, aber trotzdem nicht wirklich viel passiert. Hier, vier Stunden E-Mail-Ribbings halten uns nach unten, aber auch hier weiterhin die Möglichkeit, dass wir nochmal diesen Impuls nach oben in Richtung der 1.400, 1.415 kriegen. Und dann erst die nächste Abverkaufscandal in dem Bereich der 1.100 US-Dollar. Also auch hier sehr wenig verändert. XRP ausgebrochen aus dem Symmetrical Triangle, wo wir am Wochenende drüber gesprochen haben, aber auch hier. Klar, wir hatten diese impulsive Kerze und danach sofort diesen Abverkauf. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir hier nochmal dieses alte Hoch antesten, um dann richtigen Short einzugehen. Denn momentan ist mir zu Shorten einfach zu riskant. Eher hoffe ich hier nochmal auf mögliche Spot-Einkäufe in dem Bereich von ungefähr 0.4349. Das hat einerseits den Grund hier, dieser Support und die vier Stunden E-Mail-Ribbings verlaufen hier auch noch. Also das wäre so ein kleiner Spot-Ding, wo ich nochmal ein bisschen nachkaufen würde. Die meiste Zeit natürlich hier unten akkumuliert in dieser großzügigen Range über Wochen, Monate. Ansonsten 0.39 ist dann der nächstgrößere Support. Kurz und knackig, mehr gibt es eigentlich nicht zu XRP momentan zu sagen. Deswegen nochmal so ein kleiner Spitzer, weil wir es lange nicht mehr hatten auf Luna Classic. Ihr wisst, ich bin eigentlich komplett Verachter von Luna Classic und die will ja auch kein Clickbait oder sonstiges machen. Aber wir haben darüber geredet im Livestream letzte Woche. Das möchte ich auch jetzt allen, die nicht dabei waren, nicht vorenthalten. Ich werde nachkaufen bzw. bin jetzt gerade wirklich am überlegen, hier mal ein bisschen Money einfach reinzustecken. Aber hier wirklich nur so im Endeffekt, so viel wie ich immer auch bei meinen kleinen Altcoins bzw. bei meinen Low-Caps rein investiere. Reine Zocker-High. Ich trade das nicht. Ich kaufe hier wirklich nur Spot rein und lasse es dann liegen. Aber hier momentan der Bereich, hier vor allem am Monats-Pivot, wo wir uns jetzt die ganze Zeit hier rumtandieren, ist ein Bereich, der interessant wird. Plus hier dieser Bereich zwischen, ich sage jetzt mal 16 und 15. Wir haben von dem Tief von heute Morgen, haben wir noch ungefähr 13% Downside-Potenzial auf jeden Fall. Gehen wir sogar noch ein bisschen tiefer, wäre der Bereich bis ungefähr 24%. Also man muss hier auf jeden Fall Nerven haben. Deswegen investiere ich jetzt auch hier keine Unsummen rein, sondern das war jetzt einfach mal okay. Hauptsache ich bin in Luna Classic, die Community ist stark, aber mehr ist es für mich auch nicht. Also ich möchte hier keinen Mega-Hype oder Sonstiges hier sehen. Das ist jetzt einfach nur kurzer Spotkauf, kurzes Update von meiner Seite aus. Aber wirklich, dass ich hier an dieses Projekt noch glaube, sehe ich ehrlich gesagt momentan nicht. Aber wie gesagt, kurzes Update wollte ich auf jeden Fall mal da lassen. Dann, Chilis wurde sich gewünscht. Momentan enormer, enormer Hype bzw. enormer Abtrend, den wir hier gebildet haben. Und wir halten den auch gerade noch so. Was hier aber meiner Meinung nach interessanter ist, ist nicht der Chilis-US-Dollar-Vergleich, sondern der Chilis-BTC-Bereich. Deutlich, deutlich interessanter hat den Aspekt, wir gehen mal hier in den Daily-Chart und da sehen wir, dass wir aus diesem Falling-Verg ausgebrochen sind und seitdem diesen enormen Run hatten. Und wir sind jetzt schon relativ an der Spitze angekommen. Das heißt, ich würde hier langsam aber sicher die Finger von irgendwelchen Longs lassen. Langsam auch mal Profite nehmen, weil wir jetzt hier in den ersten Widerstandsbereich kommen. Also den generell, sobald irgendwie ein Coin oder sowas ausbricht, auch mal XRP können wir uns vielleicht auch diese Woche gerne mal angucken, XRP gegenüber Bitcoin. Immer mal noch gegenüber dem Bitcoin-Schaden angucken, ob da überhaupt jetzt noch so viel Luft ist oder so nach oben. Und da sehen wir jetzt einfach, wir kommen hier langsam in einen Bereich, wo es einfach sinnvoller ist, vielleicht mal Profite zu nehmen, die Longs ein bisschen weniger aufzufüllen, sondern hier wirklich echt die Profite zu nehmen und das erstmal sacken zu lassen und auf ein Retracement, sage ich mal, nach unten hin hoffen. Aber jetzt nochmal zurück zum US-Dollar-Chart. Entschuldigung. Kurzes Mal das FIP gezogen. Von dieser Aufwärtsbewegung hätten wir jetzt erstmal Potenzial auf den Rücksetzer bis ungefähr 0,2184. Wäre wünschenswert, wenn wir hier einfach ein kurzes Retracement kriegen, hier runter korrigieren, vielleicht nochmal ein höheres Hoch kriegen und dann eine erneute Abverkaufswelle. Aber gut, müssen wir schauen, wie sich es entwickelt. Gegenüber BTC sieht es momentan jetzt einfach nicht mehr so stark aus. Die Rallye ist vorbei, meines Erachtens nach. Aber trotzdem sollte man es nicht unterschätzen. So, dann kurzer Blick auf die Indizes, weil das ja auch öfters mal gefragt ist. Hier vor allem der Bereich beim Nasdaq um die 10.600 US-Dollar interessant. Es wäre noch 9% nach unten hin. Wir haben das Low noch nicht bei 11.000 US-Dollar rausgenommen. Aber ich glaube ganz ehrlich, es wird noch rausgenommen. Wir haben schon tieferes Tief und sowas gesehen. Wir sind in einem Downtrend. Mit kurzer Relief Rally hier bis 13.700 US-Dollar. Trotzdem wäre es meines Erachtens besser, wenn wir uns die Liquidität hier unten in diesem Bereich holen, hier ein bisschen konsolidieren um das Golden Pocket und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Wäre zumindest die bullische Variante. Klar, 10% sind nochmal heftig. Aber der nächste Ausweg würde dann erst hier in den Bereich der 9.700 bis 9.500 und da sprechen wir dann schon von 16%. Warum, zeichne ich das jetzt ein, hat den Aspekt S&P 500, ist nämlich auch noch eine Korrektur von ungefähr 16%, in das Golden Pocket hier unten hinein. Also hier kommt schon relativ viel Confluence dann langsam zusammen. Warum hier das Golden Pocket gezogen von unserem Corona-Crash bis zu unserem All-Time-High? Momentan sitzen wir hier ein bisschen auf Support. Mal schauen, wie es so die Woche jetzt wird. Ich hoffe, wir holen uns noch dieses tiefere Tief, konsolidieren an, setzen vielleicht eine neue Relief Rally an und setzen dann nochmal einen Downtrend an. Also die wirtschaftliche Lage gibt es einfach nicht her, dass wir hier extrem bullisch werden. Trotzdem lohnt sich hier der Blick drauf. Wobei ich der Meinung bin, dass die Korrelation zu den Indizes meines Erachtens ein bisschen nachgelassen hat. Also wenn S&P 500 sinkt, sinken wir nicht mehr so krass. Also man muss da schon ein bisschen drauf aufpassen, dass man jetzt nicht immer nur auf den S&P 500, auf den Nasdaq guckt. Trotzdem interessante Sachen und da gucken wir jetzt einfach jeden Montag immer mal rein, damit wir nichts verpassen. So, dann Algo. Wurde sich in den Kommentaren auch gewünscht. Gerne, wenn ihr irgendwelche Altcomments habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben und schauen wir uns die im Laufe der Woche an. Auch hier schöne Rallye gehabt, höhere Hochs gebildet mit sehr, sehr viel Volumen auch. Also hier hoffe ich ganz ehrlich auch, dass wir uns dieses Volumen nochmal holen. Plus wir haben hier oben noch so einen Volumenpeak. Das heißt, so der Bereich um 0,42 bis ungefähr 0,43 konnte nochmal angelaufen werden. Und dann auch eine schöne Short-Möglichkeit geben hier am Manfli R2 mit einem Zielbereich ins Golden Pocket bei 0,33. Ansonsten, momentan lohnt es sich hier nicht einfach in dieses Ding, Gefilde hier reinzuschorten. Aufgrund dieses krassen Volumes, was hier einfach noch drin ist. Wir warten hier auf Confirmation auf einen 15 Minuten oder 1 Stunden Chart. Momentan gibt es einfach nicht her, aber es sah starke Rallye aus. Trotzdem auch hier höheres Hoch und dann Rücksetzer ins Golden Pocket wäre hier einfach das schönere Szenario. So, soviel zu den Charts. Kurz nochmal einen Blick auf die News. Wende, Russland arbeitet an einem Gesetzentwurf zu Kryptowährungen. Ist ja schon länger wieder. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Genau vor dem Livestream, wo die Fettsitzung war, kamen auch wieder solche News raus. Wieder so bullische News und dann im Endeffekt ging es nach unten. Es ist ein Step, aber es wird schon seit Wochen oder Monaten immer wieder diskutiert. Ah, Russland legalisiert dann doch wieder nicht, dann doch wieder. Also da müssen wir wirklich warten, bis hier wirklich Bestätigung kommt. Und ansonsten gerne den Artikel bei Kryptoguru lesen. Später kommt noch eine kleine Analyse von mir. Somit war es das zum Wochenstart. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Morgen kommt wahrscheinlich kein Video erst am Mittwochnachmittag oder so. Vorher schaffe ich es leider nicht. Aber gut, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir sehen uns. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Hoffen wir auf eine, in Anführungszeichen, positive Woche für uns. Auch wenn die Kurse möglicherweise nach unten hingehen. Aber gut, schauen wir weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto. Und lass dem Video ein Like da und abonniere den Kanal. Ciao, ciao. Stay Crypto.